Und damit herzlich willkommen zurück hier bei GTA 5 liebe Freunde. Ja wir haben eine kleine Blutspur. Ja diesen Jet hier hat denkst du auch zerstört. Keine Ahnung wie ihr es geschafft habt. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe aber den Schleudersitz aktiviert und da bin ich geflogen. So dann gucken wir mal welchen Job wir machen können. Da kommt die Feuerwehr. Ich will erstmal paar Snacks kaufen. Ja dann Ja dann kaufen wir erstmal. Ja stimmt ich brauche auch Snacks. Wir machen einfach mal. Snacks ist wichtig. Ist ganz wichtig vor der Mission. Du auch. Wie der hat nichts. Nee geht nicht. Also rausstehen raus. Los komm. Gib Geld. Schneller. Los komm mal hier. Was? Freunde die hat. Boah die Alte haben eine Knarre gehabt. Die wollen dich abballern. Zeug den Hohensohn. Da ist sie weg hier. Kommen wir an die Kasse ran. Rang eigentlich. Hustler. 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 Ja ne frag ich mich auch was da gerade los war. So wir gucken mal auf die. Mein Gott. Auf die Map. Ob es irgendwas tolles gibt. Was wir machen können. Oder ob wir. Fallschirmspringen wollen wir auf jeden Fall ausprobieren. Aber ansonsten zeigt es nichts anderes an. Sprich wir müssen vor bedanständig. Junge. Ich wurde von irgendwas runter geschossen alter. Irgendjemand hat mich runter geschossen. Zum liebsten. Nein ich bin gestorben. Direkt vorm Ammo laden. Nice. Was? Alter der hat ja mal ne aufgemotzte Karre ey. Mein lieber Scholli du. Ein Anhänger wird von Organisationen an. Äh. Abgeliefert. Stieh ihn. Der wollte ich gerade Koksucker nennen ey. Der wollte ich gerade Koksucker nennen ey. Der hole ich jetzt auf die Fresse Junge. Oh zack wie geht er. Aber los. Der wollte es ein Rennen alter. Lass da hin. Links links links. Ja wir können nicht mit dem Rennen starten. Das machen wir am Ende der Folge. Mann ey ich mach aber gerne Rennen. Schau mal. Ich hab gerade fast gewonnen. Ja fast gewonnen. Ne wir machen jetzt erstmal einen kleinen Job. Einladung Büro. George Kreese. Hey besuch mich in meinem Büro. Ne. Okay. Hab wir's gemacht. Okay. Gut dann ich auch. Ich hoffe nur dass wir das zusammen irgendwie bringen. Ja man. Da bist du. Was wo bin ich? Hallo. Ja nice ey. Hey Schnecke. Geht. Okay. Okay. Versteh ich doch. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Alter wie viel Gold der. Alter der ist rich as fuck man. Ja was will der von uns? Erstmal durch das Fernrohr gucken. Oh da gibt's nichts zu holen ey. Da gibt's nichts zu holen. Da sind wir hier. Wo ist der Typ mit dem wir reden müssen? Der steht hier. Das ist ein Spieler. Der hat uns eingeladen in seine Bude. Finde ich ganz toll. Achso. Das war alles klar. Das ist ein Mann noch. Ih kein Whisky. Nein kein Whisky. Toll ey. Ich dachte er hat einen Job für uns. Ja hab ich auch gedacht. Mann ey der hat sich schon ein bisschen was aufgebaut hier. Kann ich auch mal was trinken. Mann ey. Ey und ein zwei hinter damit ey. Ab geht's. So. Alter. Der Junge weiß wie es läuft. Denkst du aber irgendwann. Irgendwann werden wir hier auch mal ankommen. Irgendwann werden wir auch mal so eine Bude haben ey. Ja dann würde ich denken. Machen wir mal ein Rennen. Und. Ist es dein Auto? Kann man doch. Mein Auto? Ne wir können das hier doch nehmen oder? Nö. Ne. Dann machen wir halt. Wie ne. Nimm ich das doch. Geht doch. War das nicht sogar Polizist? Nein war kein Polizist. Aber der letzte Mann gibt uns dann sein Fahrzeug. Ich hab den Helm zerbrochen ey. Ja fahr uns erstmal zu nem Rennen. Fahr uns erstmal. Ja markier mal eins. Achso. Hör zu. Ich nehm das doch was da vorne ist. Ja dann machen wir das. Ja ab geht's ey. Oh lass mal rein da ne. Lass mal wieder gewinnen. Da hol ich ein Motorrad rennen ey. Ich wette hier auf diese Elvira alter. Immer auf Charakter wie der aussieht von der. Die ist halb nackt Junge. Hör zu viel da. Ne wer ist ein richtiger Badass Motherfucker ey. Was wer. Nein wer hier ein richtiger Badass Motherfucker ist. Ey guck dir den Wax an. Ne best cooler ey. Der Name der dem vertraue ich. Dem vertraue ich. Ich vertraue diesem pinken Bart alter. Stunt H2O. Pfff. Ich hab auf die Elvira gewettet alter. Ja mach das ey. Mit den Kurven ey. Da kann ich nur gewinnen. Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Du Haufenstück Scheiße, ey. Piss mich, ey. Ich bin Zehnter, du? Geht doch. Über den Wolken nehmen wir so viel dazu. Ja, gut, das lässt du mir nicht so aus, ne? Oh, scheiße! Bist du über uns Wasser gefallen? Quatsch! Der Klammer ist hinter mir, der Klammer ist hinter mir! Der Wax! Welchem Platz bist du denn? Sieben! Loll! Warum, was ist denn? Wunder, ich bin Zehnter. Ah, der hat GG. Ja, aber Karin, die fährt gar nicht ins Kurven, Alter. Boah, ey, das ist übelst doof hier mit dem Wasser. Aber das muss er ja auch noch mit der Brandung und so, ey, handeln. Das ist ja doof! Geil. Wobei, ist eigentlich geil. Ja, ich fliege jetzt Wasser. Ich bin Sechster. Ich bin Dreizehnter. Boah, das war ne coole Sumo-Rolle, ey, das hätten wir... Was machst du, dass du behindertst? Ne Sumo-Rolle! Ja, ey, das war voll die Sumo-Rolle, voll... Was ist denn Sumo-Rolle, Alter, hab ich noch nie gehört? Ne, Eskimo-Rolle, ne, wie sagt man, wie heißt das? Ne Frühlings-Rolle oder so. Ja, ne, ne, es gibt so ne... mit dem Kanu, da... Da drehst du dich so... Weißt du, wie ich meine? Ich kenn die Todesrolle vom Kokodil, Alter. Ja, genau so was in der Art hab ich gerade mit meinem Auto gemacht. Geil, ey, wer's kann, ne? Ja, okay, okay, ne? Ich bin 12. Geh, weg! Geh, weg! Ich arbeite gerade an meinem siebten Platz, nur an dem sechsten Platz. Ne Sumo-Rolle! Alles klar, ey! Nie beendet! Willst du mich verarschen? Das ist, das ist dort vorne. Alter! P-J-P-L-J-P... 3.000-Po-Geld... Und blablab! Boah, du hast recht gehabt! Oder? Ja! Auf die Bitch hab ich gewettet, Junge! Auf die Bitch hab ich gewettet! Wettgewinn! 400 Dollar! Ja, Gigi, wie warst du gewettet? Na, 400, 500... 400... Ja, nice! 400, 400 hab ich gewettet! So, ich hab da nämlich noch was im Auge! Und zwar was wunderschönes! Frisurzeit! Ekelhaft, Entschuldigung! Na, nice! Äh... Ja... Ja? Wir sind... Alter, bist du weit hinten! Wo ich bin! Ich bin mitten in der City, ey! Was machst du da hinten? Bist du das da? Nee! Da! LOL! Ich fahr mal ein Stückchen, ne? Auf nach Trevor! Alter, hier gibt's die Flugschule! Wollen wir die Flugschule, solche Flugschule besuchen? Wollen wir die Flugschule machen? Am Flughafen! Zeig's mir das an! Als Flugzeug, Flugschule! Ich hab... Ich will das auch... Ich markier dich jetzt erstmal, warte! Also, Trevor! Dann fahren wir zusammen dahin, okay? Da unten, Alter! Leck mir am Arsch! Dann weint ihr euch im Fahrt! Zehn Kilometer! Alles klar! Ja, später... Später... Später kaufen wir uns einen richtig fetten Heli oder ein richtig fettes Flugzeug, ey! Da geht's dann ab! Ich will so... Ich will so'n scheiss Raketenauto, Alter! Ja, geht's oder was? Hä? Ja, da musst du aber erstmal sparen, du! Egal... Dann müssen wir uns erstmal ein richtiges Imperium aufbauen, hier! Mach mal, mach mal! So richtig wie der Typ, den wir vorhin besucht haben, ey! Ihr müsst noch Wechseln dazu holen, oder so... Dann geht's richtig ab, ey! Oder die Flitzpiepe! Die Flitzpiepe... Weißt du, was ich mein? Na? Gut! Und ich mein, ja, nicht Muck! So! So. Ähm ääää jauuu.. Pppppppp Hehehe Ah das kann man aber nur alleine machen Was? Die Flugschule Weiß ich aber einmal schauch Machen wir das gleichzeitig Ich lege für dich gleich ein kleines Feuer damit du weißt wo du hin musst Hehehehe You guy Was? Alterってる Ok, ne. Weil ich dich auf meiner Minimaps sehe. 600 Meter. Und die falsche Abbiegung genommen. Mann, das liegt ja überhaupt nicht weit. Das ist ja überhaupt kein richtiges geiles Feuer. Ich dachte so ein Molotov. Das ist ja egal. Da ist er, ey. Du musst runter, nicht oben. Aber da ist auch ein Baustellenloch, also da kommst du locker. Hier unten, oder? Äh, Junge, wo fährst du lang? Hier oben. Ja, gut. Maustein. Ja, easy, ne. Bettgeparkt. Da hoch? Hier? Ja, hier oben. Ab gehts, ey. Dann machen wir jetzt mal die Flugschule. So, Außenlooping. Alles klar. Achso, lol. Flugstunden. Mach ich. Ok, ist easy, ne. Jo, danke schön. Ja, überspringen wir mal, ne. Alter, ich fliege. Ich fliege. Alter. So. So. Ähm. So, was müssen wir überhaupt machen? Ich fliege. Durch das Loch da fliegen. Ich gebe dich zum ersten Kontrollpunkt. Hoppisch. Bringt das Flugzeug wieder in die normale Fluglage. Halt 8 gedrückt und im Außenlooping. Alles klar. Noch! Ach! Ach du Scheiße. Gib dich mit dem Flugzeug und die Waagerechte zurück zur Puppenmarkierung, um es nochmal zu versuchen. Na gut, Schrodo. Was will der von mir? Ach, ich verstehe. Alter. Oh. Alter Falter. Was ist denn da? Alter ey. Ich hätte es sehen müssen, ey, war das knapp, ey. Warum ist das jetzt nicht geschafft worden? Ich habe es noch geschafft. Ich werde mich verarschen. Alter, ich weiß nicht, was der Alte von mir will, ne? Ich schon. Was kommt? Wo kommt der Kran plötzlich, ey? Alter. Ja, ich mache es halt nochmal durch unter die Brücke durch. Mein Gott, ey. Ich habe Silber. Willst du da? Silber. Eins ist ein guter eins. Na ja, muss ich schneller sein. Könnte ich sonst, danke. Boah, alter Kuhle. Der will mich verarschen. Ich habe das jetzt schon. Du musst erst mal, erste Markierung berühren. Du musst drei Markierungen berühren. Gerade halten, ne? Und dann unter der Brücke ein Looping nochmal durchmachen. Ja, habe ich ja gerade gemacht. Scheint ja nicht. Nein. 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 Ich bin noch sicher gelandet, aber das Ding wollte einfach weiter. Okay. Das war nicht ein totaler Dich. Wie soll ich das? A UN-Flightschool-Materialien. Silber Star. Silber. Wup, wup. Na, du auch. Wie viel? Wie viel? Äh. Silber halt. 1,11. Ja. 1,11 war ich 1,1. War knapp drei Sekunden hinter Gold war ich. Leider. Alter, gibt das Kohle. Hart, ne? Der zweite ist leichter irgendwie, aber auch ein bisschen kniffliger. So, was ist das? Triebwerkausfall. Ja, GG. Ja. Probieren wir es mal. Mach doch das mal noch. Notland. Voll geil. Bibiibiibiibi. Pumpt man. Mach ich ja müß. Oh, scheiße. Guck gerade, guck gerade, guck gerade. Guck gerade. Guck gerade. You flew into some Queertron. The engine's cut. You gotta glide down for a landing. Aim toward the military airstrip and try to bring it down gentle. You need to make sure you've got enough speed to take you to the end of the runway. Okay, alles easy, alles easy. Ach so. Bronze. Ich muss bis zum Ende dahin kommen. Ja. Was ist denn das für eine Scheiße? Hart, ne? Sag das doch mal jemand. Ja, ich dachte auch, dass ich... Ich dachte, ich muss nur landen. Ja, wirklich, zweit hinten musste landen, aber... Oh, Bronze, ey. Ja, ich hatte wieviel mit, hast du übrig? Äh, 339 hatte ich. 339, 360 hatte ich, ey. Alter, ey. Muss ich nochmal machen. Dies war mal ich besser. Dies war mal ich besser. Ja, ich wusste nicht, dass man bis zum Ende fliegen muss. Schon auch nicht. Bei einer Notlandung geht's doch darum, irgendwie, äh, ne? Ja, eigentlich schon, ja. Überhaupt das Ding richtig zu landen. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ah, trotz, nur Bronze. Es sind ja 30 Meter, die du da einen Unterschied haben kannst. Ja, egal, jetzt hab ich jetzt. Egal. Und mein Flugskills haben sich verbessert. Da brauch ich nochmal Geld, aber nicht so viel. Okay. Gut, das war eine sehr leichte. Musst du genau da drauf stehen bleiben? Ja, wo 0 Meter, Alter. Ich hab schon wieder Bronze, ey. So eine Scheiße, ich dachte, du musst genau... Alter, ich muss einen Fallschirm holen. In der Luft. Wie kann ist das denn? Ich muss schon mal Fallschirm springen. Los, mach ich jetzt auch, ey. Ab geht's, ey. Keine Ahnung, wie ich steuern muss, aber... Was ist das Ding? Was ein Scheiße, ey. Der fliegt genau über mir, so eine Scheiße, ey. Ja, aber was mach ich, wenn ich... Ich komm nicht mehr an den Rand. Der ist über mir, ich boff... Alter. Ja, ja, Freitod, würd ich mal denken, ne? Gefallen, sagen sie. Gefallen. 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 Oh, was? Zu weit von Zielen gelandet, ey. Da ist ein Ziel, wenn man an... 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 landen muss mit dem Fallschirm. Ach so. Wie löst man den Fallschirm aus? Wird dir angezeigt, wenn du ihn hast. Wird dir angezeigt, wenn du ihn hast. Haha, wenn. Alter, willst du mich verarschen? Jawoll! Äh, wir drücken... um... Yes! Ab geht's, ey. Ah, dort auf diesem Feld, ne? Wo es so rot umrandet ist, oder? Ich hoffe nicht. Wie, du hoffst nicht? Na, weil du noch Scheiße weit weg bist von mir. Doch, doch. Da, wo es rot umrandet ist. Oh, dieses Fußballfeld dahinten. Ja, ja. Das ist eher so... Was? Ja, das musst du... Was? Ja, kann ich direkt neu starten, ey. Weg mit dem Fallschirm. Ich stirb lieber. Komm, ey. Weißt du? Zwei Sekunden hatte ich im Fallschirm. Kein Problem. Da dachte ich, hey, komm, falle ich noch ein bisschen, ne? Alles gut. Und, ey, muss ich direkt auslösen am besten. Alles klar. Und der nächste Versuch. Ja, ich schaff das! Bei mir könnte es eng werden. Vor allem, weil der Strom aus dem Fall ist. Äh, ja! Näh! Ja, leck mich doch! Ja, leck mich doch! So, wo? Ach, da hinten, ne? Okay, aber direkt falsch auslösen. So, und da landen wir. Ja, zu weit vom Ziel entfernt! Willst du mich denn verarschen? Bitte was? Alter! Wie genau muss man denn da springen? Genau in die gelbe Markierung rein! Alter! Ja? Was? Ich war fünf Meter davor vorhin! Ich auch! Ah, du kannst es auch, du kannst es auch ein bisschen verlangsamen. Ich verstehe. Äh, klar. Ja! Da ist der Fall schon! Ja, ich jetzt erst, ey! Oh ne, das war zu hart! Oh no! Okay! Okay! Der Clou ist, du musst, glaube ich, sogar zwischen den Fahrzeugen da lang. Oh ne, das schaffe ich nicht. Oh, ich bin gestorben! Ich bin genau unter der Mitte aufgekommen, aber gestorben! Nein! Alter, schrei doch nicht so, ey! Ich hab mich voll erschrocken! Ja! Geschafft! Nein! Du missest das Ziel, der Clou! Du wirst aus dem Flugzeug fliegen, bis du aufstehen, oder? Willst du mich verarschen? Ich bin in diesem perfekten scheiß grün-gelben Bereich gelandet! Zu weit vom Ziel entfernt gelandet? Willst du mich verarschen? Wie machst du das eigentlich mit dem Part? Schneid sie zusammen, oder hast du schon einmal ausgemacht, oder? Ah, klar schneid ich das zusammen! Ja, alles klar, schneid sie dir raus, ganz schreckbar! Trotz, bevor die Frau dich angeschossen hat in dem Laden da... ...bis jetzt... Schneid ich das zusammen, ey! Ich will es noch einmal probieren, ey! Diese perfekte Scheiße! Ich weiß nicht, ob es klaust du wie so ein... ...klastische Video, so dreckig, ey! Du Sau, ey! Genau! Was ist los mit dir, Mann? Ich mach dich mal! Da denkst du, ich... Ich... Das ist so... Das ist so scheiße hier, dieses... Ah, warte mal! Ich muss mich konzentrieren, ich muss mich konzentrieren! Woop, woop! Geschafft! Gold! Ich hab Gold! Du Hund! Du Hund, ey! Distanz, 61cm! Ja, GG! Zum Abschluss! Yo, erst mal 9300 Gold bekommen! Äh, Dollar, Mann! Okay, liebe Freunde, trotzdem... Er hat's geschafft! Standung in der Stadt! Ja, das war's jetzt aber trotzdem erst! Das war der erste Teil von der Flugschule! Das werden wir sicherlich noch mal irgendwann weiterführen! Ähm, denkst du, ob wir Beatles noch mal so lange bis er's geschafft hat? Und... Dann haben wir das! Vertraut mir, Leute! Ich hab das! Ich hab das! Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder! Und dann werden wir uns wieder ein bisschen dem Gangster-Business widmen, ne? Sagen wir's mal so! Bis dahin! Haut rein! Jo! Tschüss